Hallo und willkommen bei Watchmax des Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Schon wieder ein Video über die gleiche Uhr, die grüne Dekla. Naja, ich dachte es ist fair ein Update zu geben, wenn ich ein Video mache und sage ich habe mich mit der Uhr nicht richtig anfreunden können. Ach, ich weiß nicht woran es liegt, so ein bisschen rumgejammert. Ich habe jetzt die Uhr zu Dekla geschickt. Der Juri von Dekla hat die Lünette ausgetauscht und nun ist es für mich eine komplett andere Uhr und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Hier ist das gute Stück, von dem ich so viel erzählt habe und auch schon relativ viel Bildmaterial mit euch geteilt habe. Es ist die Dekla Turbulenz in grün in der Version, in der ich sie jetzt behalten werde und mit der ich auch deutlich glücklicher bin als vorher. Und zwar habe ich die Lünette von der schwarzen auf die Stahlversion wechseln lassen und das ist jetzt eine Uhr, die wirkt auf mich sehr viel ruhiger und vor allen Dingen kommt auch das grüne Blatt und der Verlauf des Grün nach meinem Dafürhalten sehr viel besser zur Geltung. Ich werde jetzt folgendes machen, ich werde hiervon einige Aufnahmen machen und werde parallel dazu die Aufnahmen mit der schwarzen Lünette laufen lassen und dann habt ihr einen direkten Vergleich. Ich freue mich sehr, dass ihr euch für dieses Video auch interessiert. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich werde alle Kommentare lesen, alle Fragen beantworten und ansonsten zeige ich euch jetzt einfach nur ein paar Vergleichsbilder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.